Diese Tipps helfen für einen entspannten Familienurlaub. Besonders Familienurlaube können herausfordernd sein und jede Menge Stress verursachen. Wir haben ein paar Tipps, damit der nächste Familienurlaub stressfrei abläuft. Wichtige Aufgaben, die vor dem Urlaub erledigt werden müssen, werden zusammengetragen und unter den Familienmitgliedern verteilt. So kann sich jeder um einen Bereich kümmern, wie beispielsweise die Reiseapotheke zusammenzustellen oder das Blumengießen durch Nachbarn zu organisieren. Um Stress bei Stau oder der Anreise zu vermeiden, helfen klassische Reisespiele wie Nummernschildraten, Autobahnbingo oder das Sätzebilden aus Autokennzeichen. Um zu vermeiden, dass es zu erzwungenen Aktivitäten kommt, hat jeder pro Woche eine Joker-Karte, mit der er sich diskussionsfrei aus einer Aktivität ausklinken kann. Damit jeder in Urlaubsstimmung bleiben kann, ist es wichtig, die Interessenlagen aller zu berücksichtigen. Humor und ein spielerischer Umgang miteinander können vieles erleichtern. Herzlich willkommen Bis zum nächsten Mal.